hallo zusammen hallo freunde ich möchte euch heute mal zeigen was mir eingefallen ist zur rest harz das heißt praktisch ich habe noch harz übrig gehabt und werde jetzt noch ein kleines bild damit machen vielleicht interessant für euch vielleicht gefällt es euch auch als inspiration wir schauen ich hoffe euch gefällt und dann lasst uns starten dann bis gleich ein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020